Äh, und jetzt? Wo ist Sitae? Wo ist Carrie? Kommt her! Wir haben da hinten was gefunden! Aber welches Mittel ist das Richtige? Ich wünschte, Joey wäre hier. Er könnte uns bestimmt weiterhelfen. Sein Vater ist doch Arzt. Verdammt, es ist immer dasselbe. Wenn man ihn braucht, ist Joey nie da. Warte! Erhabener Meister, wir empfangen ein Signal, weil Ziel Nummer eins hat sich jemand eingeloggt. Macht alles bereit zum Angriff auf Ziel Nummer eins. Worauf wartet ihr noch? Und was ist hiermit? Ja, super! Wir haben was wir brauchen! Na prima, dann lass uns verschwinden! Teuer! Was? Was ist los? Wir sitzen in der Falle! Mechanorimon, Level Champion, Maschinen-Digimon, Typus Virus, Attacke, Fernlichter. Ziel anteilen! Fernlichter! Oh! Wo ist es? Hilfe! 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 Weg hier! Schneller! Verdammt, wir sitzen fest! Tankmon, Level Champion, Metall-Digimon, Typus Datei, Attacke, Hyperkanone. Ja, die haben uns nur gefunden. Woher wissen die, dass wir hier sind? Vielleicht haben sie ja gesehen, wie wir in das Gebäude gegangen sind. Verdammt, und das jetzt, wo wir endlich das Mittel haben! Oh! Fernlichter! Superkanone! Hier land! Hier! Hier! Oh! Runter! Oh! Schnell weiter! Ich wusste gerne, wie viele da unten eigentlich sind. Egal, die können was erleben. Ich werde sie alle platt machen. Nein, bleib hier! Was? Das ist zu gefährlich, solange wir nicht wissen, mit wie vielen Digimon wir es zu tun haben. Ach ja? Und was schlägst du stattdessen vor? Erstmal werde ich versuchen, ihren Stützpunkt ausfindig zu machen, und dann werde ich uns einen sicheren Fluchtweg suchen. Das Wichtigste ist, dass Kari schnell ihre Medikamente bekommt. Ja, ja, da hast du recht. Ich hab's! Ich kann den Feind lokalisieren. Wirklich? Herr Hartner, Meister, Maschinedramon, es hat sich wieder jemand eingeloggt an Punkt B129. Ziel ändern! Punkt B129! Oh nein! Was ist los? Stimmt irgendetwas nicht? Verflixt! Der Feind umzingelt gerade das Gebäude, in dem wir uns befinden. Was? Hat er etwa gemerkt, dass ich mich bei ihm eingeloggt habe? Vorsichtig! Vorsichtig! Nein! Agumon! Digitiert zu! Straymon! 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 Megaclamon! Megaclamon! Whoa! Hoho! Oh! Oh! Oh!